In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit dem PBH2100RE und PBH2100SRE von Bosch. Die pneumatischen Bohrhemmer PBH2100RE und SRE aus der Universal-Klasse zeichnen sich trotz ihrer 10% kompakteren Bauform gegenüber den Vorgängern durch eine höhere Schlagenergie von jetzt 1,7 Joule aus. Das Umstellen der Funktionen Bohren, Hammerbohren und Meißeln geht schnell und einfach. Der Meißel lässt sich durch die Variolock-Funktion in verschiedenen Stellungen arretieren. Bei abgeschalteter Schlagfunktion kann man mithilfe des SDS-Aufsteckfutters normale Rundschaftbohrer zum Holz- oder Metallbohren verwenden. Ebenso kann man die Bohrhemmer in Verbindung mit einem geeigneten Bit-Halter für leichte Schraubarbeiten einsetzen. Durch die gegenüber den Vorgängern höhere Drehzahl von bis zu 2300 Umdrehungen und die höhere Schlagzahl von bis zu 5800 bohren die neuen Bohrhemmer wesentlich schneller. Die neue Kabelmuffe minimiert die Gefahr von Kabelbruch. Und nun viel Spass mit den neuen Bohrhämmern von Bosch. Das war die Kabelmuffe minimiert die Gefahr von Kabelbruch. Und das war die� 갑in – die Kabelbruch. Und das war die Kabelbruch. Und das war die Kabelbruch. Vielen Dank.